Die Mitglieder des Judenrates Die Mitglieder des Judenrates 1000 Dollar, 100.000 Schweizer Franken, 500 englische und hier 700 ägyptische Pfund, dazu 50 schwedische Kronen. Hier haben wir 1680 Gramm Bruchgold, 18.860 Gramm Fassonger zu 18 bis 42 Karate. Weiter dann, 2000 Napoleons, 500 englische Goldpfundmedaillen, 214 ungarische 10 Kronen Goldstücke, 755,4 Gramm Platin, 26 Gold und Platinuhren, 188 größere und 37 kleinere Brillanten. Hier noch Wertpapiere im Betrag von 285.900 Pengel und ungarische Banknoten, das sind 13,5 Millionen Pengel.